Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legacy, The Tree of Might im Bonus-Kapitel. Wir müssen den Wolf hier einsetzen. Da haben wir einen Kristall, der kommt, glaube ich, hier hin, ne? So, und da haben wir die Linsen, gehe ich von aus, die uns fehlen. I. Bewege die grünen Blöcke, um alle blauen Blöcke mit dem Lichtstrahl zu beleuchten. Ja. War er fast, ne? Wie kriege ich ihn denn hier zum Leuchten? Das ist doof. Ach, die haben ja auch noch so Pfeile drauf. Ähm, ne, warte mal, dann. Wenn ich ihn hier, dann wäre er hier wahrscheinlich besser dran. Aber dann habe ich ihn unten nicht. So. Okay. Dann haben wir die erste. Bringe die Steinblumen in die Plätze der entsprechenden Form. Achso. Ja, okay. Und hier können wir drehen. Ähm. Die kommt hier aber nicht hin. Okay. Die will ich gar nicht zurückhaben. Ähm. Warte, wie kriege ich dich hier rein? Du kommst hier hin. Das ist aber nicht die richtige, ne? Das ist ja doof. Wenn ich das mal so sagen darf. Äh. Geh du mal, ich gucke hier rüber. Ich bräuchte dich da oben. Das wäre viel sinnvoller. Ähm. Ähm. Geh ich dich nochmal eben da unten hin. Ist das überhaupt die richtige hier? Ja, ne? Die gehört da hin. Nee, dich will ich da nicht wieder in der Ecke haben. Oh, das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Da haben wir die jetzt. So. Die tun wir mal eben hier unten hin. Die tun wir hier hin. Es gibt keinen, der so übergeht, oder? Nicht wirklich. Ähm. Äh. Um... Um... So, warte mal, der kommt hier hin. Dessen bin ich mir schon mal sicher. Irgendwie alles gerade gar nichts. So, jetzt. Drehe die Kreise, um das Muster wiederherzustellen. Äh, ja, ist die Frage, wie rum es gehören soll, oder ist das egal? Nee, das ist ein Vogelnest. Sternlicht-Alexia. Okay, cool. Dann haben wir das ja auch schon mal. Ja, da müssen wir uns irgendwie später drum kümmern. Da habe ich gerade nichts für. Da-da. Öffne die Tür zum Bergtempel. Ähm, ja. Ach. Okay, einige Figuren fehlen. Da haben wir aber noch nichts für. Wie öffne ich dich denn? Das haut irgendwie alles nicht hin. Silhouette der Berge. Brauche ich da auch wieder eine Rune für? Habe ich hier irgendwas getan? Hier irgendwie... Ach so, da ist noch eine Steinschleuder. Alles klar. Na, das wird auch ein lustiges Rätsel. Was mache ich jetzt mit der Steinschleuder? Och, nö. Dich ärgern. Es tut mir leid. Autsch. Voll gemein. Ah, guck mal, hier haben wir ein Seil. Damit könnten wir bestimmt... War das hier oben, ne? Ach, nein. Genau. Okay. Er braucht einfach immer noch ein bisschen. Man muss es mehrmals versuchen, dann klappt das auch. Gut. Sehr schön. Hier haben wir ein Häschen. Was ist das? Die Blüten verwelken. Ich frage mich, ob ich sie retten kann. Silberkrug. Brauchen wir vielleicht Wasser für? Hier, ich habe einen Hammer, aber den willst du bestimmt nicht, ne? Nee. Nee, nee. Äh, ja, okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich gieße die Blumen. Wasser des Lebens. Aber natürlich, aber natürlich. So lässt sich dann auch... Ach, guck mal, da lächelt sie. Das schnelle Wachstum erklären. Teil der Tafel. Was denn für eine Tafel? Da ist ein Gesicht. Und da hinten geht es noch weiter. Hier ist noch ein Weg. Ach. Diese Tafel wahrscheinlich. Gut. Drücke die Symbole in der Reihenfolge, die auf der Tafel unten ist. Okay, gucken wir mal. Das hier wäre der Erste. Das ist immer so ein bisschen gemein, weil die sich alle ähnlich sehen. Das ist der Zweite. Ich würde sagen, das ist der Dritte. So, dann haben wir ihn hier. Dann haben wir hier noch so einen dicken. Dann haben wir ihn. Und das ist falsch. Gut. Alles von vorne. Äh, was war denn jetzt der? Der hier, ne? Dann der hier oben. Dann der. Und der hier war es ja nicht. Dann müsste es der sein. Würde ich sagen. Genau. Äh, und ihn hier? Ist es der hier? Nein, warte mal. Oder er. Machen wir mal so. Ah, und er hier, okay. Ah ja, sehr schön. Gut. Hier haben wir auch noch ein Häschen. Da haben wir eine Vogelscheuche. Da kommt was rein. Mhm. Okay, ähm, setzen wir ihn erst mal ein. Soll ich hier buddeln? Warte mal los. Schlüssel mit Eulenkopf. Schlüssel mit Eulenkopf. Und noch eine Figur. Schlüssel mit dem Eulenkopf. Nee. Wofür brauchen wir denn einen Schlüssel mit einem Eulen? Achso. Okay. Sehr schön. Und noch eine Figur. Ein Schaber. Und noch eine Figur. Ein langes Brett. In diesem halb gebrochenen Fass ist etwas. Und noch eine Figur. Mensch, das geht ja hier Schlag auf Schlag, wa? Ach, du meine Güte. Messer, Wolf, Vogel, Harpune, Seelöwe, Flasche. Zwei Stück brauchen wir. Laterne, Anker. Ja. Warum machst du das zur Seite? Wir werden sehen. Nein. Das wollte ich eigentlich nicht. Äh, ein paar Stiefel. So, noch den anderen finden. Da ist die Laterne. Die Argeroute steckt im Schwimmer fest. Okay. Ja. Okay, ähm. Ach, da ist der andere Stiefel. Sehr gut. Fuchsschwanz. Und wir hier. Deswegen hat er ihn zur Seite gemacht. Ich konnte noch nicht ran. Ähm. Bitte was? Tja, und das ändern wir wie? Hm. Ah, ja. Ah, ja. Sehr gut. Haben wir noch einen Wolf und einen Seelöwe. Hier ist der Wolf. Steht da Seelöwe? Ja. Das ist eine Frage. Ach, da ist er ja. Ich habe keine Fragen. Dankeschön. Okay. Sehr gut. Ins Haus können wir nicht rein. Hier können wir auch nicht rein. Dann müssen wir uns hier in... Ach so, ja klar. Natürlich. Der muss da rauf. Und ein Krönchen ist das nicht schön. Für wen ist denn die Krone, bitte? Hm. Es sieht so aus, als wäre da etwas unter dem Stein. Wie bekomme ich es heraus? Nee, das ist ein Schrauber. Machen wir das doch so. Ein Sonnenkristall. Oh, am See habe ich noch irgendetwas übersehen. Ach, wir können alle... Warte mal kurz. Dann würde ich aber ganz gerne nochmal eben hier nach dem Häschen schauen. Da ist es. Wunderbar. So. Ich bin gerade am überlegen, ob ich da einen weiteren Part für mache. Ähm. Gut, wir können es nur mit dem nächsten tauschen. Ah, das sollte ja eigentlich klappen. Ähm. Was könnte denn hier hinkommen? Gut. Ich muss erst mal einen Überblick kriegen hier. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht so ganz verkehrt. Ach, guck mal. Ich habe ihn gefunden. Wer kommt hier hin? Ähm. Äh, äh. Äh. Äh, äh, äh. Aber hier auch nicht. Wo tue ich dich denn hin? Nee, du kommst da oben hin, würde ich sagen. Genau. Dich tauschen wir hiermit wieder, dich tauschen wir hiermit wieder. Ach, guck mal. Da ist er doch. So, jetzt haben wir ihn und ihn hier noch. Gut. Wunderbar. Ich finde einen Ausgang in die reale Welt. Äh, kann nicht kommen. Warum nicht? Du hast das doch noch gar nicht versucht. Siehst du? Okay. Hier haben wir ein Häschen. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Puzzle, aber wie kann man es aktivieren? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, was da rein soll. Ähm. Gut, ich würde auch sagen. Das müssen wir, glaube ich, im nächsten Part fortführen. Hier haben wir ein langes Brett. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher, wie lange das noch dauert. Äh, nach der anderen Statue zu urteilen, sollte diese eine Krone haben. Bitteschön. Ja, das ist die Frage. Hier haben wir das Häschen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Kristalle. Wie gibt es noch? Ah, ja. Ist das wirklich ein Symbol des Feuers? Tatsächlich ist das Feuer meine größte Angst. Und es ist, glaube ich, die Angst eines jeden. Aber hier fehlt jetzt noch etwas. Wo kriege ich ihn denn her? Ah, ja. Ich brauche was, um das Moos zu entfernen. Dann nehmen wir doch das. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Hm. Ist das jetzt hierfür? Wahrscheinlich, ne? Was anderes habe ich nämlich nicht mehr. Aktiviere und deaktiviere die Orangenpfeile so, dass die Position jeder Figur am Ende der Bewegung mit den entsprechenden Plätzen übereinstimmt. Oh Gott. Drücke die grüne Taste, um die Bewegung der Figuren zu starten. Okay, der sah da schon mal ganz gut aus. Ich komme gerade noch nicht so ganz dahinter, ehrlich gesagt. Was, was das Spiel jetzt gerade von mir möchte. Oder muss ich gar nicht alle aktivieren? Moment. Also wenn ich die beiden aktiviere, dann kommt der gerade da rein. Was ist denn, wenn ich den... Ich muss das mal eben verstehen. Das funktioniert nicht. Was ist, wenn ich nur ihn aktiviere? Aha. Genau. Das wollte ich wissen. Und bei ihm hier? Nein, wenn ich beide aktiviere. Aha. Okay. Hier beide, hier nur ihn. Und das war, glaube ich, nur er, ne? Und bei dir? Nee. Shit, nicht geklappt. Aha. Okay. Also so, 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 so. Und bei ihm bin ich mir nicht sicher. Yes! What? Bin ich hops gegangen? Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Wie oft kommt denn das Feuer hier? Oh. Ja, ich hätte vielleicht einfach warten sollen. Ah ja. Er jagt direkt hinterher. Ah, shit. Okay. Das ist aber gemein. What? Ich warte jetzt einfach, wie es sich verhält. Und so. Wunderbar. Okay. Dann wollen wir mal. Now, hurry up. In-la muss nicht get the heart of the tree of might. Ja, das hat die gute ja auch nicht geschafft, wie wir ja schon im Hauptspiel erfahren haben. Ja, sehr schön gemacht. Sehr schöne Bonus-Geschichte zusätzlich zu diesem Teil. Ja, hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier. Und wenn man mag, bis woanderswo. Tschüssi.